hallo zusammen ich habe hier ein iphone bekommen was jetzt nach dem display tauschen nicht mehr funktioniert ich habe da schon ein bisschen reingeguckt beziehungsweise habe ich das auch schon aufgemacht also man sieht es ich schalte das ein es geht nicht an und dann habe ich gesehen dass hier derjenige der dann die display getauscht hat falsche schrauben reingelegt hat das ist immer so ein anfänger fehler und zwar wenn man eine von diesen schrauben mit den anderen drei vertauscht ja bohrt man quasi ein mainboard rein und das ist hier genau das passiert da sieht man nur unter dem mikroskop ohne mikroskop schafft man das auch gar nicht zu reparieren ich habe diese jetzt ja drei muttern die auf dem mainboard verlötet sind abgelötet und die auch hier sieht es viel schlimmer aus hier geht es noch hier wurde aber auch schon die oberfläche verletzt ich werde nachher ein foto rein fügen was ich durch mikroskop dann versucht aufzunehmen und ich werde gleich hier versuchen die leiterbahn wieder herzustellen mit der hoffnung dass es am ende funktioniert ich werde das jetzt nicht auf dem video aufnehmen ich werde da genauso dann ein paar fotos machen wie es vorher nachher aussieht und ja weil das wird sich jetzt einfach in die länge ziehen das video und man sieht auch quasi nichts wie gesagt man muss das unter dem mikroskop alles machen ohne geht es nicht am besten wenn ihr mal versucht so ein display zu tauschen notiert welche schraube wohin gehört und dann passiert euch dieser fehler nicht so und dann werde ich jetzt versuchen das einfach wieder herzustellen okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020